Für die Seitplanke bringt ihr die Schlingen auf die Mitte von eurem Oberschenkel, fädelt beide eure Füße ein, also nicht nur die Ferse, sondern das ganze Fußgelenk. Je anstrengender das Ganze jetzt werden darf, desto weiter aus nach dem Fußgelenk. Bringt das obere Bein nach vorne und schiebt dich hoch in Plattenposition. Du kannst dich hier sicher, du kannst natürlich den Arm nach oben nehmen, du kannst dich auch um die Platte halten oder du schiebst nach oben. Wenn das nicht anstrengend genug ist, kannst du den Arm nach oben bringen. Du guckst entweder auf deinen unteren Arm auf den Ellboden oder den oberen Arm hinterher.